Ja, Sie waren Freund, gestern noch ausgesetzt aufgrund der Rückenprobleme, wie ist es denn heute gegangen? Ja, also vom Rücken ist eigentlich wieder okay, da haben die Mediziner gute Arbeit geleistet und ja, die Sprünge waren heute einfach nicht so, dass sie wirklich so richtig konkurrenzfähig gewesen wären, aber es ist ja morgen noch ein Tag. Ja, es war vor allem ein spannender Wettkampf. Das auf alle Fälle, es ist ziemlich knapp zugegangen, am Anfang waren wir mal ganz vorne mit dabei, haben es leider nicht ganz halten können, aber man sieht, dass vor allem der Bank-Andy, der jetzt neu dazukommen ist, einen richtig guten Job gemacht hat. Und dass es nicht von ungefähr kommt, wenn man mal zwei COCs im Sommer gewinnt und deswegen glaube ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt.